Herr Kinn, du willst doch, dass man deiner Misera ein Ende macht. Das Problem ist einfach gelöst. Du musst auch ein Mensch werden. Und du kannst mir helfen? Mein liebes, süßes Kindchen, das ist mein Beruf. Meine Lebensaufgabe, unglücklichen Meerleuten zu helfen. Wie dir zum Beispiel, den Armen zählen. Die nicht mehr weiter wissen. Also gut, ich gebe es zu, ich war mal böse. Und mit Recht wurde ich auch Hexe gern genannt. Doch ich habe mich erdert, in letzter Zeit bekehrt. Und bin für manche gute Tat bekannt. Doch, doch. Und zum Glück verstehe ich auch etwas vom Zaubern. Eine Gabel, die mir immer noch gefällt. Und drum hege ich einen Plan und tue, was ich kann. Für die vielen armen Wesen dieser Welt erbärmlich. Arme Seele, die Not. So schwach, so flau. Diese wäre lieber Schlacht. Kann jener sucht sich eine Braut. Und ich kann helfen. Ja, genau. So arme Seele, die Not. Die Not sind überall. Und sie strömen, die Eltenmassen, schreien schnell ein Zauberwort. Und ich helfe allemal. Und die meisten werden alt. Doch wer pünktlich nicht bezahlt, den erwartet etwas viel Schlimmeres als der Tod. Doch die Mehrheit dankt es mir. Eine Heilge bin ich schier. Für die armen Seelein in Not. Das wird ein kleiner Tauschhandel. Du kriegst von mir einen Zaubertrank, den ich für drei Tage in einen Menschen verwand... Das wird ein kleiner Tauschhandel. Das wird ein kleiner Studios verwand... Dein Nacht, der Skirrlandse Herein His powerful Trляется. Der Gesamtel. Vielen Dank.